Und damit wieder hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde GTA Online. Heute mit dabei der Gabax. Jo, hallo Leute. Der Agrokolb. Hallo. Der Nero. Hallo. Der Noxy. Guten Tag. Und der Onkel. Ja, Hallöchen. So, und was starten wir jetzt? Ihr habt schon ausgewählt. Angriff und Abwehr. Angriff und Abwehr. Angriff und Abwehr. Okay, super. Das ist das gleiche wie letztes Mal, nur mit anderen Fahrzeugen. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Mit dem, ach so. Dann können wir ja mal Fallschirmspringen machen, das ist auch so cool. Ja, auf jeden habe ich auch Bock drauf. Ja, aber zur Zeit kommt nur so ein Kack hier. Müssen wir dann mal aktualisieren machen. So Kack. Genau. Ich seh's kommen beim, bei dem Fallschirm. Das macht ja Spaß, aber wenn wir ständig die ganzen Parts nur durchhalten mit demselben, das ist auch wieder Kram. Ah, Nero. Was machen wir denn jetzt? Mit wem bin ich denn jetzt? Ja, mit Agro, aber ich würd mal durchwechseln, oder? Ja. Dann kann man das wechseln. Ich geh jetzt aber mal in Team 2. Und ich geh mal in Team 1, so. Bin ich bei Agro. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was macht ihr denn jetzt? Was möchtest du mit Agro? Ich bin lieber Blocker. Ich komm besser frage. Ich bin lieber Blocker. Bei wem bin ich denn jetzt? Ja. Nee, ich mach lauter. Ja, Max machst du den Blocker. War nicht besser. Ach so. Aber ich bin ja noch kein Team. So, bei mir. Piep, vorbei. Jetzt bin ich auch Läufer. Ich hab mich doch umgestellt auf Blocker. Ich hab mich doch umgestellt auf Blocker. Ja, das wird's jetzt. Na gut, egal. Nein. Okay, ich bin Blocker. Ich bin Läufer. Ich bin Blocker. Du wolltest doch Läufer sein. Ja, pink klappt doch. Pink ist Sieg. Mit wem bin ich jetzt im Team? Mit mir. Mit Noxy, ja? Ja. Okay, ich bin Blocker, oder? Alter, was ist das denn für lange Kram? Nee. Leute. Nein. Ihr seid so ein Verlutscher. Oh nein. So ein. Fahrt gleich beim Start die Klippe runter, ey. Oh man. Ich nicht. Ihr seid so ein Drecksäcker. Oh man, ey. Oh, war das fies jetzt. Ich hab nix gemacht. Ich bin nur nach links gefahren. Boah, ich hab voll runtergeschoben, die Drecksäcker. Oh Gott. Hey, hey, hey. Akku. Weg, weg. Weg. Entspann nicht. Entspann nicht. Wir müssen doch weiter ran. Ach Mensch. Nein. Boah, jetzt fahr. Fahr Lexi, fahr. Ich kann nicht. Du hast mir alles zerstört. Alter. Echt? Alles klar. Boah, sind das Drecksäcker ey. Das gibt's gar nicht. Alter, die Dinger sind ja richtig übel. Was ist das? Ich hab... Was glaubst du das denn mit dem Teck kaputt gemacht? Boah, was macht er denn da? Boah, was... Oh, Alter. Der... Das lustige, äh... Wer war das nochmal? Akku ist in mich reingefahren, fährt weiter und er rutscht doch direkt weg. Okay, nächstes Ziel grün. Boah, der Akku ist schnell. Alter, ich glaub ich hab nen Platten. Und, oh, oh. Ich glaub ich hab einen Platten. Ich glaub ich hab einen Platten. Ja! Ich bin wieder da. Wer ist jetzt grün? Wer ist grüner Läufer? Ich hab Angst. Ich hab Angst. Oh, nee. Doppelkill. Oh, das wird gefährlich für dich. Das wird richtig gefährlich für dich. Oh, shit. Ich komm schon, ich komm schon. Okay, war noch... War nicht ganz so schlimm. Aber... Hätte böse ausgehen können. Hätte. Boah, als Guck. Oh, scheiß Baum. Das kommt der Linkste, Alter. Jetzt hab ich... Jetzt weißt du mal wie's ist. Auf dem Felsen... Oh, scheiße. Alter, was ist das denn jetzt los? Wo seid ihr denn, Alter? Ich hab... Ich hab... Ich hab... Klippe runtergestoßen. Ne, wir wollten beide abkürzen. Ich hab ihn überholt und bin dann irgendwie in der Feldspalte. Also... Na ja. Alter. Alter, Alter. Ich seh Free Willy. Alter, Alter. Ich hab... Hör auf jetzt! Wieso ist das doch mein Job? Ich komm mir nicht hoch, ey. Oh, no! Bisschen böse. Wer ist vorne? Er führt. Keine Ahnung. Lila. Oh, schenken. Scheiß Baum. Ich bin da. Oh Gott. Ja, lass den über dich drüber gehen. Oh Gott. Wie die Karre zerlegt ist, Alter. Der geht's gut, der geht's gut. Ich... Ich hab doch ne... Was mach ich eigentlich noch? Ich hab noch den Kofferraum. Ich hab noch den Kofferraum. Na, da kommt doch noch Nero. Nein! Oh, die Scheiße. Och, Noxi. Fahr doch den Tunnel. Warte. Er ist hier auf. Nett! 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 Das war's. Ich komm mir nicht... Alter, meine Kiste brennt. Yeah! Yes! Ja, komm, fahr! Ich kann nicht fahren! Hier, hör doch! Du fährst jetzt! Pink ist ausgenutzt! Mach... Hä? Wie? Aber komplett? Kannst du nicht respawnen oder? Das Einzige, was du erkennst... Nein, 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 nein! Du musst fahren! Scheiße! Sehr gut! Achso! Achro-respawn einfach! Achso, achso, ja einfach! Achso, mach doch! Achso, achso, das geht! Haha! Wollen wir mal wieder raus hier, ey! Ich komm hier nicht mal mehr durch die... Oh, mir schön! Wie viele Schilduret rüder im Rücken! Hier, was ist denn da für eine Scheiße? der Gero, warum kommst du noch voran? Nee, der Gero liegt da vor Rücken. Einfach Respawn drücken mal. Machst du Orange? Wo ist dein Orange da unten? Ja, ich versuchte schon hinter dir herzukommen. Nur das Ding ist, der hat gerade resettet. War dann voll weit weg. War ein Trick hier. Alter, die Kiste wird auch was langsamer. Kommt der hier schon wieder? Ist der Orange? Da ist die Farbe Böhn. Rungerläufer hier. Wer ist das? Ich komm gar nicht mehr hinterher, was ist los? Hat er mit Absicht gemacht, weil der hinter mir ist. Akro ist das, Akro! Ist Dreckhorn, Traktor! Hau ab! Hau ab! Ihr müsst Orange holen! Nix Orange holen! Nix Orange holen! Sorry, Coworks, aber die haben mich so penetriert hier. Onkel, der will mich penetriert von Ihnen! Ja, ich bin hier schon, Onkel! Ich bin auf dem Weg, ich bin da. Ich bin in Form. Fuck, 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 fuck! Ja, hopp! Ja, genau! Mara, ich geh seit ich platte! Och, das wird mir jetzt zu blöd! Sag! Ja, fahr zu, fahr zu, fahr zu! Ey, das ist doch scheiße! Der resettet einfach! Haha! Scheiße! 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 Noch einmal scheiße, kommst du durch rum! Scheiße! Onkel, mach was! Ja, mach doch du was! Onkel, mach was! Der resettet ist leider! Gabax ist erst mal, Gabax liegt erst mal rum! Wie, die resettet man? Gut, gut, gut! Ne, nix resetten! Hat das Agro auch gemacht, oder was? Ja, wir haben doch Agro auch! Naja, aber es ist ein waschle! Agro musste ja! Ne, zweimal! Agro musste ja! Wir holste alle einen resetten! Lockste aber Agro! Wir verlieren Schöo! Woah, fuck! Der ist schön! Wer ist ein grüner Läufer? Oh, ähm! Oh, Alter! Da kommt er ja schon wieder! Ja! Oh, Alter! Los! Alter, was willst du hier? Hau ab! Hau ab! Was stimmt mit dir nicht? Jetzt willkommen zu Mountain Challenge! Hier eigentlich fühlt sich gerade ein überaus spannendes Wettbewerb! Oh, doch sie! Wir sind ein lila Fahrzeug! Alter, komm ich da so gut? Wie sieht's aus? Oh, schön! Ja! Was stimmt mit dir nicht? Was stimmt mit dir nicht? Alter! Ja! Gabax, du machst ja fein! Ja, ist ja gut! Ich bleib ja auf dem Weg! Ich bleib ja auf dem Weg! Ist ja gut! Ist ja gut! Ist ja gut! Alter! Agro, könntest du jetzt mal bitte vormachen? Ach, bist schön vorne! Mann, ändert die Kischt auch! Oh, schön! Ähm! Gabax! Ja, war da noch! Ja, jetzt das Ding ist, ich muss den Lila aufhalten! Alles klar, mach das mal! Ich so, Lila! Wo ist der Lila? Wo ist der Lila? Rettung geht zu Lila! Alter! Wie, hä? Orange? Ist der an uns vorbeigefahren oder was? Nein! Das hab ich gar nicht gemerkt! Es ist scheißegal, ob der Läufer oder der Block hat er durchmaschiert! Ja, 10, 10! Ja, ja! 10, 13! Alter, ich komm nicht hoch! Orange ist am verlieren, oder? Chris! Wir müssen Orange! Ja, yo! Orange ist am gewinnen! Nein, nein! Ich bin unterwegs! Außer! Der ist mega weit weg, ey! Ich glaub den kriegen wir nicht mehr! Das ist gut! Krass das Scheiß! Ach, ich hasse Bäume! Wo ist denn der an uns vorbeigefahren? Ist überhaupt nicht an uns vorbeigefahren? Nö! Der fährt ja mit dem Hügel hoch! Nero! Hallo mein Kleiner! Mö, du? Ich hab' ich gleich ja mit dem Hügel hoch! Deiner Lappen! Nee, fahr schneller du Scheißfahrzeug! Boah, jetzt leckt bei mir das Spiel! Was ist denn jetzt für das? Das ist leckt! Was ruckelt? Komisch! Das Auto! Da kommt schon wieder, ne? Alter, fahren wir nix! Ich hoffe, mein Plan geht auch! Dein Plan! Ja, mein Plan, meine Abkürzung! Ja! Ich komm' nicht in dein Herzchen! Das Problem ist, der kommt schon wieder! Scheiße! Die Leute klung' gar nicht abklotzen, weil das einfach... Fah, 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 fah! Schneller! Mach! Mach! Scheiße! Ich hab' gewunden! Ich hab' gewunden! Ich hab' gewunden! Jawohl! Jawohl! Nein! 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 Ach! Wir sind gleichzeitig auf dich und auf den anderen, auf den grünen! Wir waren der grüne! Du hast mich auf den Rücken gelesen! Ich war grün! Ich kam gar nicht mehr hoch! Achso! Und Noxy haben wir komplett auseinandergenommen! Ich hab' gemerkt! Ich hab' gemerkt! Ich hab' auch nicht voran! Pff! Noxy war völlig am Arsch! Ich hab' auch nicht mehr... Ja! Dann kam noch... Dann kam noch... Dann kam noch Chris und hatten... Dann kam noch... 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 Dann kam noch Chris und hatten so eine Unterführung reingedrückt, dass niemand mehr eine... Du fährst jetzt! Du fährst jetzt! Dann war Rensen! Du fährst jetzt! Du hast mich wie Bayblade einfach angezogen, Alter! Ich bin... Ich bin im Endeffekt nur 50 Meter aufs Dach lang gerutscht! So, äh... Aber jetzt, äh... Wie kann man denn mit der Tastatur resetten? Wisst ihr das? Ich weiß es nicht! Wenn ich mal in so ne Scheißphase komme? Escape und Spiel beenden! Das ist klar! Ne, mit, äh... Mit F! F! F musst du ungefähr 5 Sekunden lang gedrückt halten! Ja! F ist doch eigentlich aus dem Auto aussteigen, oder? Ja, aber nicht beim Rennen! Okay, äh... Die gleichen Teams, aber wie machen wir's jetzt? Jo, nur einmal tauschen, ne? Ja! Ich bin Blocker! Ich mein, es hat ja gut funktioniert! Nö, ich tauschen nicht! Nö, es ist nicht beleidigend! Ich bin morgen gegen den Pfalzsarrollen! Nö, der Akro-Köchter! Und dein Akro-Fallschuh-Springen! So, das will ich zum Blocker! Oh, Super-Spotzwang! Machen wir Blocker! Okay, du willst Läufer! Genau! Mach wieder Läufer! So, Team Glory Hole ist bereit! Ranziger Schlachter! Ach, die Gürbisse! Nö! 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 Aber es stimmt wirklich verkannt, so Samtnails, aber jeder Texte da irgendwelchen Schalten! Was hat er nicht? Ja, das Problem ist, geht's halt nicht weg, was ich würde machen! Rausschneiden! Doch, jetzt geht's! Wenn's länger braucht, geht's! Deswegen, dann kannst du das machen und links schön das Logo hin! Ich bin einer! Melone! Orange! Das passt voll zum Kürbis, Alter! Das ist so stumpf! Ne, ich will grün! Geh weg, ey! Oh, wie's Spiel leckt, Alter! Leckt nicht? Das dauert nur! Das leckt nicht! Das leckt nicht! Da leckt gar nix, Digga! Oh! 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 Alter! Was war'n das denn? Das ist nur den armen Kürbis in Ruhe! Alter, ich häng' fest! Hallo! Was war'n das? Was denn? Nero! Hallo, was ist denn das? Schütz mich! Was ist denn was? Was ist denn wer? Die Karre hängt an der Bot-Steink-Kante fest! Ja, keine Ahnung! Ich will raus! Ich will raus! Ah, schick! Boah! Halt die mal auf jetzt! Was soll'n ihr denn alle? Ich will rausgeschickt! Ja, Pink, du sollst nicht mich hier helfen! Ich will raus! Kann man einer sagen, wo ihr seid? Äh... Mit Strauss? Im Auto? Keine Ahnung! Oh, ne, ne, ne! Boah! Null! Ich spiel' alleine grad! Ja! Hä? Oh, warte, wie viel Uhr haben wir? Oh! Oh! Mein Uhr! Oh! Nein! 1&1 hat irgendwie den Spaß, dass er nachts um kurz nach 1 immer die Router resetten, beziehungsweise die Server updaten. Onkel, lass' meinen Mannen rufen! Den Mannen? Das hört sich falsch an! Oh, shit! Die Caps! Was? Irgendwie zugreifen? So... Eee... Eee... Nein! Lass' die Frau meine Beziehung in Ruhe! Wipps, 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 wipps! Onkel! Musch' was machen vorne! Sehr schön! Was denn? Ich bin nach vorne! Ihr müsst mal... Ich mach... Ich halte hier den ersten! Toll! Geht weg! Geht weg! Du müsstest mich dann gleich noch mal neu einladen! Ja! Irgendwie ist das mit deiner neue Spotbar schlimmer wie... Ja... Deine große Körper! Wortwahl sind richtig! Ganz viel schnell in der Draußenwitter! Ach man, das ist doch kacke! Ja, jetzt muss ich erstmal durchmützen! Ich muss dann... Ja, ich muss ja alleine, ey! Geh mal schön, dass ich immer noch mal schnell ins Flyplay rein und dann kann man den... dann kann man das schon einladen! Dann werde ich ja immer so schlecht, weil... Bevor ich jetzt auch sechs Minuten irgendwo rumkündel... Ah! Oh! So! Nero, hilfst du mir noch? Was ist schlecht? Ja, ja! Ja... Tut das eigentlich weh? Gott! Haltet doch mal lila auf da jetzt! Nero, ich bin nicht der erste! Kein lila, das ist rosa! Bitte! Das ist... Mir scheißegal! Schlötze! Haltet mal Rosetti aus! Ich bin doch hinter Pink Hermann! Aber es hilft ja keiner mal weiter vorzukommen! Ihr haltet ja lieber die zweiten und dritten Plätze auf, ihr... Deppen! Pappnasen! Dump dum 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 dum... Ihr Schweine hier! Mero! Hilf mehr! Jaaaa! Bleib da! Scheiße! Ah, und die Bricken! Wir sind jetzt gerade unterwegs! Der Onkel penetriert mich hier! Das wollt ihr schon immer! Was kann man denn machen? Kann man irgendwie die Leute gerade mal ärgeren, das geht auch gut schon ... Ich bin gleich da! OOo, komm woher mich... Wie seid ihraving doch? Wie seid ihr mit uns verarschen! Ich komm nicht hinterher, die Karre ist zu schwer. Aber die ist doch mega schnell, aua. Aber die hängt voll an jeder Bordsteinkante, die ist viel zu tief, ey. Hallo Onkel. Ist das nett? Genau. Lässt du bitte, lässt du bitte mal meine Runde. Warum wolltest du mich jetzt anrufen? Alter. Ich wollte eine Pizza bestellen. Bei mir. Bei mir ist das Körnissuppe. Nero, hilf mir sogar der Schilder im Feld. Nein! Hallo, ich hätt keine Pizza. Eine Pizza Sarami. An die Baustelle. Noxi ruft mich an, was? Ey. Nero, mach jeder. Hilf mir. Ich komm hier nicht mehr weg. Wer ist gerade der Erste? Noxi, äh, die Gabax. Ihr müsst auch mal orange, ne? Also, der schleicht sich nämlich, guck mal. Der ist ganz, ganz fix, der Typ. Was? Ich bin hinter euch, kilometerweit. Ähm, wie kann ich mich jetzt resetten? Oh shit. Du kannst dich auch einfach rumdrehen. Der Kabel ist fast kaputt. Ja, weil orange ist 12.5. Orange. Orange. Bögen ist. Nero, komm mal zu dich um orange. Oh, Chris Play. Ey, nee, jetzt musst du dich um den Jagen. Kümmer dich drum. Kümmer dich um Chris. Meine Karre zieht so schnell immer nach rechts. Hau ihn weg. Alter, es sind alle nah. Alter, ihr sind ja alle. Fahr doch mal zu. Was machst du denn, du Agro? Oh, scheiß Ding hier. Ich bin nicht frei. Wie kann man sich denn jetzt resetten? Nix. Nero, kümmer dich um die Beine da vorne. Das ist das Letzte. Komm, schnell. Oh, gib Gas. Gib Gas. Ach, scheiße. Nein. Haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft, Agro? Ja. Wie ich dich auch noch angeschoben habe, ey. Ja. Nimm du, ich habe schon. Scheiße. Hallo. Die Rundze. Geil. Das Latschen am Schluss, ne? Hallo. Wie seid ihr denn zum Schluss so voll hinterhergekommen? Da war ich nicht die ganze Zeit, du warst immer weit weg und ich habe mich die ganze Zeit bedrängt und so konnten die aufholen. Ja, vor allem am Ende war es jetzt extrem, weil man da, ich kann überhaupt nicht mehr weg. Ja, vor allem ich kann irgendwie auch nicht aufhalten. Das ist mir weggeklitscht. So, wie sieht es jetzt aus im Part? Wollen wir mal beenden, klar. Wir gehen in den freien Modus, freien Modus, freien Modus, freien Modus. Genau, freien Modus. Das ist schon zu Ende, oder? Ja. Ja. Ja, dann kriegst du, ne? Und dann lad mal ein oder mach mal, mach mal gleich wieder. Ich geh nochmal, na, echt egal. Mach mal. Dann mach mal ein. Und wir sehen uns dann zum nächsten Part wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. 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 Meh.